So, das ist die Loreo PC Lens in a Cap. Und zwar lässt sich die Linse hier rechts, links, oben, unten verschieben. Und das nennt man, ist diese Shift-Funktion, um stürzende Linien zu vermeiden. Das Objektiv wird ganz einfach angebracht. Und zwar, so wie jedes andere Objektiv auch, bzw. wie jeder Gehäusedeckel, ist sehr dünn. Hier sieht man auch nochmal, in welchen Achsen sich das verschiebt. Ja, das ist die Loreo PC Lens in a Cap.